Zu Caprieli, was ich sehr schön finde, dass die beiden, also diese Babswick und auch in Caprieli eben diese Skorbatur geschrieben ist und dass da auch eine Verbindung ist. Aber ich möchte diesen Ritchie Karr schon Richtung D-Moll wandern, das wird dann noch mit Chenevian und D-Moll landen. Amen. 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 Amen.